ARD Text im Auftrag von Funk was hier los und ich bin natürlich kein mörder hast du noch mal du bist du ja komm also wir behalten den vertrauen niemanden wirklich niemand bist du ich kann dir auch nicht vertrauen die ganze Zeit ich verfolge dich auch pass auf jeder könnte dich killen also die alle sind alle gnadenlos aufpassen ich habe hier ein schlürfnis ich halte so was kann man hier machen nee das wird schon gemacht ey da ist jemand ey wo ist ein ausgang wo ist dieser wo denn ich schlüpfe ich komme mit die weg ich habe angst ich verfolge ich habe die verfolgt mich diese diese hat die geschlagen die verfolgt mich die ganze ja mich auch aber kennt so ja ich weiß kommen wir machen dass sie wieder ich mache ich mache es nur fisch silberne silberne was ist das für ein weißes ding also wer ist tot nee ich glaube es kann gestorben ich sehe natürlich nichts du musst mir sagen wer mich ich wollte es gibt einfach ich sehe einfach weiß was ich kann nicht mal sprengen ich rast hier kommt mehr da raus geht jemand ins schwarze loch ein ja diese irgendwo eine weiße frau der rechts nehmen die erst glaube ich ach ja der verlassen kann man kann man bitte alle worten ich glaube ich ist die noch nicht wenn dann bin ich wusste ich soll nicht so ein aggressiv ist genehm ich hasse diesen tanz du bist du da hinten wir dürfen angst ich weiß nie ich weiß immer noch nicht wenn ich das ist deswegen ist er sogar deswegen mag ich wenn um so weil der tötet menschen aber ich habe angst bei mir ist man cake wer totes dachten reden wie immer deswegen will ich bei dir bleiben damit ich augenzeuge bin du bist du gerade können die doppelkirche machen man kann sowieso die ganze durch den schlagen man hat keinen cooldown ich bin einfach beim meeting ok ich kann zu dir dieser agent wert gedrückt ich nicht drag und hat sanks das geht also ist jemand gestorben keine ahnung ich habe nicht gezählt eben natürlich sehe ich wieder nix ja ich es gibt einfach hier habe ich gespielt ich habe keine ahnung ich hab dich auf den tanz ich kann das hören nein man muss schwarze loch tote menschen kann nicht reden so mini schild also jetzt muss ich rausfinden oder lass nicht sagen wenn jemand von uns mörder ist damit so richtig geil ist kann zugucken warte einfach da wo du bist so was haben wir hier also schwer was ist das da oben ist hier so ein jump run das münze nein ich mache einfach das hier water plant ich schwebt bei mir ist irgendwie niemand was haben wir hier so zum labor okay ich glaube ich habe angst aber der war alleine nein 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 wo muss schön da hinten bin ich langsamer einfach hier ist noch grad noch m 20 tasks aber wie das heißt keine ahnung so ist hier jemand am start was haben wir das war das was haben wir hier ist das was ist das das ist für rote dinge ist hier was ich wusste es doch bis jetzt ich habe angst es gibt ja zwei mörder warum machen die englisch keine sabotage oder sowas weiß ich war noch nie in meinem ganzen leben mörder noch nie wirklich noch nie ich weiß nicht ob dieses schwierig was ging ich habe es doch gesagt ich habe es doch gesagt ich verlasse ich verlasse ich bin gelb ich bin gelb einmal mörderin einmal du bist du von kuchenmann ja das ist diese ich komme ich will ich sie kommen dann kommt schon noch bist du bei diesen komischen roten boy was macht es ich habe dieses komische ich bin kein mörder wo bist du schüttel in ihre schrift für die beckung ich will dich retten ich bin schreckende gruppen zwei mörder keine ahnung ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich bin neunestige kombo nur eine hallo meine aufgaben machen hallo so meeting endlich kann ich mal was sehen aber jetzt können die nix sehen so ist man gestorben billigster mörder billigster mörder der davon nicht ein kill gemacht ich sagte sie nur kadaver oder wie der heißen face bmt kann ich nicht sehen aber die ganze zeit rennt er mir hinterher ja es ist unentschieden oder die vier fünf jahr geht das der ist tot beobachten wir das schwarze loch ja da da fliegt er hin da ist die kleine arme da fliegt er weg wo sind noch viele einer ist das eigentliche der lasst zusammen bleiben da gibt es ein mörder verfolgen billigster mörder wo bist du ich bin bei diese pflanzen ecke ganz links hallo ich mache hier los zu lernen man kann jetzt schon so ja jemals gestorben so wer ist noch da wer ist noch da ich finde die ganze eintauchen wie viele wozu habe ich ich sehe mich nicht lassen ich habe ein boot wie viel werde ich gewartet war zum Beispiel habe ich mich gerade selbst gewartet er muss doch gerade ich sehe nichts ich würde einfach nur skippen zwei der typ hat vier zum glück zum alter viele tats gibt es noch ja okay das ist so klein da oben ich kann es nicht machen besser controller ich mache das so ich bin höflich ich mache das für sie der hässliche karbeit macht alle aufgaben für jeden ah ne das ich dachte man kann man aufheben diese schilbabel oh das ist nicht so was ist ich sehe es ist nur ja ja äh 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 Aber ja, das finde ich weiter, weil ich die Lächel gefunden habe. Warum hätte ich jetzt gevotet? Ey! Ey! Ja, geil. Geil. Ich dachte, ich kann dir vertrauen. Ich habe extra, wollte ich vor dir jemanden killen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn Glenn mich verraten hat. Vergebt es, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jakowski.